Okay, dann schaffen wir erst mal zwei Kraftwerke hier hin. Meinst du, mich stört das? So, jetzt brauchen wir noch ein schönes Fisch, eine schöne Fischfarm. Dann nehmen wir hier doch lieber die Schnellstraße für. So schneller wird das hier alles gemacht. So, ah, das aktuelle Energiestatus jetzt verstehe ich. Warte mal. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Mein Gott, interessiert mich das? Nein. Ah, jetzt schickt der rüber, glaube ich, ne? Oder? Ja. Dann müssen wir auf der anderen Seite errichten, einfach drei AKWs und fertig ist. Doof ist nur, falls ne Flutwelle kommt. Sind wir halt gearscht, aber egal. Was ist das denn so gut? Jetzt wollen wir die natürlich auch erst mal hochleveln. Die sollen ja für uns arbeiten, bin ja klar. So, ne, ne, waren eigentlich hier noch. Eisenvollkommen, Kalkvollstaben. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Passt ja perfekt. Ach ja. Könnt... Na, halt witzig darauf... Ja, hier könnte man eigentlich auch statt ein AKW. Was dann auch wieder weit... Hm... Hm... Können wir jetzt lieber natürlich Wasserspeicher nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele produzieren. 500 oder 1000. An der AKW. Ist ja eigentlich auch egal. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell wieder in die Plus kommen. Dann richten wir hier mal Schnellstraßen. Dann sind die ein bisschen schneller unterwegs. Zuck. 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 Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für Sie. Ah, was war das? Afton. Korruptionsstillstand. Ich glaub hier, sag mal... Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fertig. So, Items. Zack. Zack. Wollen wir das geliefert haben Der will halt hier hin So, jetzt können wir wieder F11 drücken Und auf Zeit vorspulen Wir brauchen ja schnell Rohstoffe Wir wollen ja nicht lange warten Äh, hier hatten wir die Häuser Mist, passt ja sogar Komm, ein noch So Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren Was die alles wollen, ne? Hups Jetzt hat der Steffen sich aber verbaut Alles nur Schuld von dieser scheiß Stimme Komm, wir errichten ein bisschen Vegetation Was, 25 wollen die dafür? Egal, verlorenes Geld Sieht aber trotzdem schitter aus Ah, wir nehmen Plus an, oder? Ja So Errichten wir nochmal 50 Gebäude Äh, 50 Gebäude Errichten wir nochmal ein paar Gebäude Können wir das schön upgraden So Bis jetzt funktioniert hier auch alles So Fischfarm Wer reicht hat denn? An Nahrung Können wir eigentlich noch einen produzieren Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma Die Verantwortung dafür Übernehmen Sie allein Ja, nehme ich auch So Er überträgt Energie Mein Computer darf mal wieder arbeiten Er wird schon wieder wärmer Vom Prozessor her Aber egal Solange der jetzt nicht gleich lospiept Ist mir halt egal Ansonsten muss ich mal eine bessere Kühlung einbauen Habe ja noch Platz für ein paar Lüfter Eigentlich Kein Kittert oder Ist ja schon ein Ende Der Bausteller Er ist schon ein Ende Achtung Produktionsstillstand Für sind halt immer drei noch Ja Eins Drei Der Bausteller Ja Jeder neue Tag ist ein Geschenk Das Leben hier ist einfach fantastisch ok geht ja schon gut aus was wir plus machen wieder langsam extrem zeit ups egal steht haben zeichen noch so 20 energie sind übertragen worden komischerweise wird er doch da wird leicht mehr ich denke ein gewisser teil wird nur transferiert oder hier kann ich das ändern die energie haben 40 prozent der energie soll übertragen werden ok ich hatte großes bedienen vor wo schnell tat die feuerwehr ist verdammt entwarnung feuer eingedämmt gut jetzt wollen wir mal ein paar dattelhallen bauen so zack tatl alle gebaut dann werden die glücklicher getränkort von ihr denn getränke haben ja ja mal wieder schnaps hat kann ich eigentlich auch anbauen ja da hat falsch verminderte fruchtbarkeit durch umweltverschmutzung so dann könnten wir am besten eine hat funktioniert ja nicht wie kann ich helfen ihr auftrag boah hat doch wohl nicht mal alle tassen im schrank die firma hat immer ein gewisses waren kontingent vor ort ich zahle nur für 1000 der will zehntausender fahren spinnt doch nee das brauche ich nicht jetzt habe ich das chip nicht ausgewehrt das ist du 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 so spiritus fabriken hier in bau